Oh, verdammt, wir sind schon in Folge 2, hallo meine lieben Freunde, wir sind schon in Folge 2, ähm, ich muss mich beeilen, ich muss mich auf jeden Fall beeilen, heppa, und hinaus, Klaus, ja, das buddeln wir auch noch weg hier, und dann müssen wir hier schön was bauen, wo wir zusammen mit dem Alkondo, dem Ufoman und der Molenia, äh, unseren Angel-Contest, unsere Angel-Aktion starten können, so, ich würde sagen, hier unten machen wir schön Tropenholz rein, ähm, da haben wir jetzt ja ein bisschen was von, und wir haben ja noch ganz viel hinten bei, ähm, dafür müsste ich das dann noch ein tiefer machen, oder wie, boah, na gut, komm, egal, Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht irgendwo noch Wasser durch, ähm, ich werde das jetzt erstmal nur so provisorisch gestalten, ja, hier ist eine kleine Undichtigkeit, äh, da muss man einfach von absehen, so Undichtigkeiten gibt es immer mal wieder, gerade im Alter wird man schnell auch mal undicht, So, das kommt alles weg, und da kommen schön, äh, Tropenholzstämme rein, nicht als Muster, sondern einfach so insgesamt, und das Witzige bei diesen Tropenholzstämmen ist, dass die, äh, die Begierde haben, zu connecten, das heißt, die fügen sich zusammen, ähm, so komme ich ja hier natürlich nicht mehr raus, das ist dumm, und darum machen wir das so, und bauen das schnell provisorisch Leiter, rennen ganz kurz zu Bolle, dem alten Bootsbauer, da weiß ich nämlich ganz genau, dass ich da noch Stämme gelagert habe, Ja, hier ist nichts los in der Werft, äh, keine Aufträge, ne, momentan, so, nehmen wir uns mal ein paar mit, ähm, ja, gut, schade, unsere Hünder haben es nicht geschafft, ne, wir sind, waren einfach zu schnell, und wir sehen eigentlich meine tollen Diamantenstiefel aus mit Schutz, und warum habe ich eben einen Schaden gekriegt, mh, egal, komm, so, Oh, jetzt fangen wir hier an, heppa, und dann fangen wir hier in der Ecke an, und setzen hier die Stämme hin, und ihr, oh, ihr werdet gleich sehen, wollte ich sagen, dass die schön connecten, und dass es ein ganz abgefahrenes Muster gibt, äh, außer wenn man sie quer hinsetzt, dann hat man das, ist das nämlich, sieht das wirklich aus, als wenn das ein riesen Stamm wäre, sollte es zumindest, ja, es geht schon los, Es geht schon los, wollte ich gerade sagen, ähm, mal sehen, wie sich das zusammenfügt, ich bin echt auch selbst mal gespannt, denn ich weiß nicht, wie weit die, ah, seht ihr das, wie weit die zusammen sich connecten tun, Das ist eine Besonderheit hier von Misa, dem Misa-Pack, oder auch, wie manche sagen, dem Miesen-Pack, aber, ähm, nee, das sage ich nicht, Guckt mal, es wird immer größer, diese ganze Stammerei, und dann haben wir, ja, gut, hier nicht, doch, 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 es geht weiter, es geht immer weiter, und eigentlich sind wir jetzt hier ein bisschen tief, würdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, und ich muss euch recht geben, vielleicht müssen wir das Ganze sogar noch einen höher setzen, Ah, mal gucken, wie wir es machen, ich muss ja mal schauen, wie wir das im Endeffekt hier alles gestalten, meine Schaufel ist kaputt, und deshalb grabe ich jetzt mal hier mit den Fingern, äh, die Erde weg, aber das ist richtig schön, ah, guck mal, sieht doch cool aus, oder, wieder ein Hunsgrab zu sein, ähm, ich habe Leitern dabei, zwar, ist ja wie, äh, wie dafür gemacht, ist ja unglaublich, gerade mal, na, machen wir hier einen kurzen Ausgang hin, ich möchte das nämlich ganz gerne eigentlich noch einen höher setzen, das heißt, eigentlich brauche ich diesen Stein hier nicht, ups, das wollte ich nicht, ähm, ich weiß, ich bin wieder runtergesprungen, das hat alles eine Richtigkeit, entspannt euch, entspannt euch nur, alles wird gut, äh, ich setze jetzt hier mal, hier in die Ecke, weil es so schön passt, äh, eine Werkbank hin, mh, wir brauchen nämlich hier diese Platten, jene, zack, 42 Stück, das reicht, ähm, äh, und dann bauen wir uns nämlich jetzt hier, so, äh, im Grunde die Angelplattform hin, ne, das wird die Angelplattform, ich lasse die jetzt nochmal hier offen an dieser einen Stelle, keine Panik, mache ich hinterher zu, äh, das wird schön geschlossen, und der Eingang kommt dann in die Mitte, Brigitte, so, so ist es richtig, ja, die Werkbank wird jetzt leicht verdeckt, und auch hier unser Eingang, ähm, das heißt, wir müssen den hier jetzt wahrscheinlich wieder rausnehmen, so, damit wir hier auch noch reinkommen, ne, und dann ergibt dieser Deckel hier keinen Sinn mehr, äh, komm mal mit, Deckel, dich, pack mal woanders hin, so, das ist sehr flach, da habt ihr recht, jo, habt ihr recht, aber es kommt ja erstens anders, und zweitens, als man denkt, ne, und schöne Urwaldmusik, äh, und die mich sofort wieder an meinen Urwaldkollegen Joe Slow erinnert, ähm, Moment, zack, die Leiter lassen wir da unten, dann können wir das hier auch zumachen, so, wunderbar, und hier in der Mitte, da möchte ich eigentlich gern so eine Stufe drauf machen, okay, ich muss doch nochmal ganz kurz, oder, hab ich Holz dabei, nicht das passende, und die Indios spielen ihr schönes Lied, Indiana Jones, haha, von ihrem Indianerkumpel, ne, den Johannes, Jones, ähm, okay, äh, uh, ist Wasser gefallen, verdammt, so viel Holz brauchen wir nicht, Eichenholz ist zweimal toll, aber weißt du, Eichen sollst du weichen, buchen sollst du suchen, und, 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 schickimicki, bla, bla, so, wir wollten ja nicht so viel machen, ja, haben wir auch nicht, ne, kaum, kaum, kaum was gemacht, ähm, zack, 44 reicht uns massig aus, denk ich mal, dachte der Mann, und, ich guck mal, ob ich hier noch was hier lassen kann, ja, aber falsche, Etage, du kommst da unten rein, so, zu dem anderen Holz, und, die Fische fangen wieder an zu stinken, oh, das ist so rappelig, in der Tasche, äh, ein wenig an zu riechen, und deshalb werden wir die jetzt mal hier unten reinpacken, ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was soll das eigentlich hier, Angelwettbewerb, ähm, Ufo-Mann, und Millennia, und überhaupt, äh, was redet der da, äh, habt ihr recht, Fisch hier rein, wir wollen Angelwettbewerb starten, aber ist eigentlich kein Wettbewerb, ist eigentlich mehr so ein fröhliches Beieinandersitzen, und, äh, Moment, und angeln, aber, äh, wir wollen dabei auch, ich hoffe, wir schaffen das, ähm, ein Chat machen mit euch, dass ihr sozusagen daran teilhaben könnt, an der ganzen Geschichte, und ein wenig mit, äh, uns diskutieren könnt, ein bisschen was mit uns erzählen könnt, wir wollen uns einfach mal eine Stunde lang, die Zeit nehmen, äh, man muss sich ja auch mal Zeit nehmen, na, ist ja mein Reden sowieso, und uns hinsetzen, einfach mal eine Runde angeln, so ist der Plan, und jetzt kommt auch die Klappe hier wieder hin, die ist hier, die würde ich nämlich ganz gerne, hier um drauf packen, so, zack, dann haben wir hier so eine Klappe, und dann können wir den Fisch hier unten reinwerfen, eventuell, und lustige Musik, yeah, endlich, so, gut, also hier haben wir eine Plattform, hier können wir schön angeln, würde ich sagen, äh, wenn man hier runterspringt, kommt man hier nie wieder raus, das ist total behämmert, was ich hier gebaut habe, ach so, ja, ich könnte hier so einen Gang hin machen, dann könnte ich hier noch so einen Pfosten hinsetzen, und leider komme ich jetzt da hinten an die, ah, warte mal, muss ich mich mal kurz hinkämpfen, lalalala, lala, dann machen wir es wieder zu, diese Musik, ey, ich werde, ich liebe diese Musik, ich bin einfach, komplett hello und weg davon, ja, ich weiß, ich bin ein komischer Kauz manchmal, ähm, so, kommen wir hier raus, hopp, und, hier wieder rein, und das Huhn hat ein Ei gelegt, das wird noch öfter passieren, und mal sehen, ob ich das bis auf die, Kuhinsel rüberwerfen kann, ich habe zwei Versuche, einmal, und nochmal, und der könnte ein bisschen kurz sein, ne, sind beide auf der Kuhinsel gelandet, ähm, ist aber kein Huhn entstanden, schade, ja, dann müssen wir hier natürlich noch irgendwie, ich bin am überlegen, wie wir es machen, was brauchen wir denn hier alles, wir brauchen auf jeden Fall, einen Grill, wir brauchen einen Grill, und Werkbänke, pass mal auf, Werkbänke, können wir uns doch hier hinsetzen, in die Ecken, äh, machen wir mal vier, 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 falls man irgendwie die Angelschnur reißt, oder so, dann kann sich hier der Ufoman seine, äh, zack, äh, Werkbank nehmen, jeder hat dann eine, dann sind die Chancen auch gleich, da kommt es auch zu keiner Zeitverzögerung, und ich habe schon überlegt, wo ich die unterbringe, die Leute, und ich will denen mal den vollen Luxus gönnen, und würde sie dann tatsächlich, äh, in der roten Lola, übernachten lassen, das ist zwar eigentlich, viel zu teuer, denn so eine Nacht, äh, äh, in der Nacht ist der Mensch ja auch nicht gerne, alleine, kennt er ja, den Singsang, ich habe doch ein Bett hier unten drinnen jetzt, oder? Hatte ich das nicht extra gemacht? Ach, guck mal, jetzt kann man hier, und dann kann man hier, und dann ist man direkt am Bett, ach, ist das cool, ja, oder ich lasse hier unten pennen, äh, könnt ihr mal schreiben, da kann ich noch kurzfristig entscheiden dann, kurz vor Sendebeginn, hohoho, und das würde ich ganz gern alles hier so einfassen, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht runter treibe, ich will nicht abgetrieben werden, ja, gut, ein bisschen Risiko ist immer dabei, ich weiß, aber Abtreibung ist ja auch keine Lösung, ähm, ja, das möchte ich hier schon ganz gerne ganz ranbauen eigentlich, das wäre cool, äh, ich gehe aber erst mal pennen, weil die Monster kommen natürlich trotzdem, und da ist das Portal, hm, ja, ähm, gut, ich glaube, ich lasse hier doch nicht schlafen, direkt neben dem Portal, hinterher kommt auch einer auf dumme Gedanken, nicht, dass ich jetzt sagen will, mal Kondor, um Gottes Willen, er würde niemals auf dumme Gedanken kommen, ähm, aber vielleicht der Ufermann, oder irgendwie anders, guck mal, und dann hat man hier so einen Raum, der eigentlich über und über von Wasser durch Ström führt, äh, hier machen wir natürlich dicht, so, und hier kommt die Erde weg, aber ich will hier gar nicht so viel Zeit jetzt opfern, denn wir wollen ja auch unser Angelplatz da noch schön gestalten, aber hier hänge ich jetzt eine Fackel hin, nicht, dass uns hier mal ein Monster überrascht, hier haben wir schon Fackeln, wir haben Bad Carolina Fackel hin, okay, erstmal wieder nach oben, geheimes Geheimversteck, Nummer 2, das ist so geheim, ähm, das findet keiner, und hier haben wir sogar eine Werkbank, äh, ja, hier haben wir sogar eine Werkbank, und hier haben wir auch überall Werkbänke, die sind noch geheimer, ich drehe durch, hier sollte man vielleicht ein paar Fackeln hinstellen, hier unter die Angelplätze, und dann kann ich die immer fragen, merkt ihr eigentlich, dass ihr total warme Füße habt, und die werden dann wahrscheinlich sagen, äh, wie warme Füße, ja, das ist nämlich alles mit Fußbodenheizung, ha, 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 da werden sie sich dann aber, dann werden sie aber sagen, oh, 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 Heureka, Heureka, Fußbodenheizung, ja, naja, okay, hepper, hier muss man immer ein bisschen springen, das ist eine sportliche Angelegenheit, aber naja, äh, ich würde hier Fackeln hinbauen, damit wir auch ein bisschen Beleuchtung haben, wenn wir Nachtangel machen wollen, was ich natürlich möglichst vermeiden werde, ähm, ne, die Fackeln können hier nicht hin, mh, ich komme hier hin, so, immer, na, komm her, Fackel, oh, die Vorbereitung, ich habe aber überhaupt keine Angeln, was brauche ich denn für eine Angel, Schnur und, äh, Sticky, ne, kriegen wir hin, Schnur habe ich glaube ich noch, äh, bei, bei den Schafen müsste noch ganz viel Schnur sein, so, ist doch alles schick eigentlich, wir brauchen natürlich noch, äh, hier in der Mitte am besten, irgendwie, das geht noch, das ist eigentlich geil, ein Grill, muss hier auf jeden Fall hin, dass wir schön grillen können, ähm, ja, ein Grill, mit ein bisschen Holz und so, das machen wir alles schön in die Mitte, ein Grill, ein Grill ist kein Grill, ne, am besten noch machen wir zwei, oder jeder, kriegt jeder also seinen eigenen Grill, ich weiß es nicht, äh, hier könnten wir Kisten hin machen, wir sind ja zu viert, also ist das eh blöd, da Kisten hin zu machen, mh, ich mach nochmal ein paar Grills, ach komm, wir machen ein Grill, muss ja wohl reichen, oder, äh, und dann machen wir hier Kisten drauf, ne, ein Grill, die Kisten stellen wir hier in der Ecke, irgendwo, hier so, mh, keine Ahnung, ach, immer diese Vorbereitung, die machen mich nochmal irre, am besten hier an so eine Seite, wo man sowieso nicht gut angeln kann, ne, dass wir hier unsere Kisten hin machen, eins, zwei, drei, äh, drei Kisten, hm, wir könnten eine Redstone Kiste machen, mh, ja, könnten wir, ich renne erstmal ganz kurz, um ein bisschen Luft zu holen, und, äh, ein bisschen zu überlegen, renne ich mal ganz kurz, ähm, Spinnseide haben wir ja nicht da, zufällig schon dabei, einen, ne, haben wir nicht, renne ich mal ganz kurz, zu, der Schäferhütte, und ich ärgere mich jetzt gerade, dass man so über den Schäferhütten, schon wieder, ja, tot sind auch, weil, ähm, eigentlich hätten die uns doch folgen müssen, die können doch wohl hinter so einem blöden Boot her schwimmen, okay, naja, kann man wahrscheinlich nicht verlangen, da, seht ihr, alles, im Kopf, äh, Fertbank, Upsala, kommt, passiert euch das auch ab und zu, dass ihr irgendwie Kühlschrank aufmachen wollt, und, äh, dann auf einmal, rutscht euch die Hand aus, und ihr habt, äh, so einen riesen, ja, Steinklumpen neben den Kühlschrank gesetzt, und dann müsst ihr den wieder mit der Spitzhacke abbauen, das passiert mir total oft, und ich würde gerne mal wissen, vier Stück brauchen wir, ja, vier, vier, und du bleibst hier, und dich können wir noch in die Mitte reinpacken, und das teilen wir auf, und dann haben wir genau vier Angeln, zack, eins, zwei, drei, vier, okay, wunderbar, mhm, Stick ist hierhin, jo, und dann haben wir Knochen, und mit Knochen kann man Hunde zähmen, aber vermehren kann man sie mit verrottetem Fleisch zum Beispiel, da müssen wir auch ganz kurz nochmal schnell bei unseren Hunden vorbei, wir dürfen unsere täglichen Pflichten, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, hier gehört das nicht hin, die dürfen wir auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren, äh, hier über eine Organisation eines Angelfestes, dürfen wir das nicht machen, äh, so richtig weiter geht's vor der 300. Folge, dann, vielleicht auch, nicht wahr, ja, Tim, ja, du hast ein Abenteuer erlebt, ja, 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 ich komme heute Abend vorbei, und dann erzählst du mir das alles in Ruhe in der Lola, wir treffen uns da, hat ein Abenteuer erlebt, ja, der Tim, ne, gerade der, oh, voll schmacht, Hähnchen, Hähnchen gefällig, ja, gerne, mh, und zum Nachtisch, eine Melone, aber nur eine, äh, hier, Assistent, äh, schon wieder weg, ach, Vater Abraham, hier, Assistento, ja, alles in Ordnung, in uns gab es soweit gewesen, Vater Abraham, alles im Griff gehabt, wunderbar, danke, danke für die Information, Hundis, 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 äh, wollt ihr Melone? Haha, kleiner, kleiner Scherz, ne, mein Gott, seid nicht so, ähm, scherzlos, zack, zack, äh, aufstehen, aufstehen, ach, dann hören sie nicht mehr, wa? Aufstehen, ach, ich muss ja schon einen Knochen nehmen, hier, Knochi, ja, lass mal das Fleisch in Ruhe, aufstehen, aufstehen, und Liebe machen, juhu, 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 und neuer Hundi, wunderbar, ihr könnt erstmal hier noch ein bisschen, ja, ihr könnt hier noch ein bisschen sitzen bleiben, und Knorp, Knorp, Knorp Peter, der Knorp mich immer noch an, ich fass es nicht, ich fass es einfach nicht, dass der mich immer noch, nach so langer Zeit, anknorrt, ja, ach, das Hunde hat wieder ein Ei gelegt, äh, ja, wunderbar, dann werde ich jetzt mal die Angel testen, ob das überhaupt funktioniert, hier in Hunsgrab, ah, mal die Angel auswerfen, schon mal unsere Chance ein bisschen ausloten, na, ja, hier ist schon mal kein Fisch, vielleicht da hinten beim Schilf, Fische, äh, schwimmen ja oft hinten beim Schilf rum, hier zwischen den Bäumen, ja, sieht auch schlecht aus, oder im Hafenbecken, im Hafenbecken, im seichten Hafenwasser, vielleicht hier, also ungefähr so spannend, wird das dann sein, wir werden mal sehen, wir haben Ende des Tages die meisten Fische gefangen hat, von uns vier an, ha, zack, einer, ähm, und dann brauchen wir Kisten, wo wir die reinlegen, und ich würde sagen, wir haben vier Ecken, dass jeder hier eine Ecke kriegt, genau, äh, hier steht natürlich jetzt eine Fackel unter, das ist ziemlich dämlich, nämlich, ähm, Fackel ist ganz blöd, eigentlich, zack, ähm, da kommt jetzt die Kiste rein, natürlich kommt der Dreckclub mir wieder weg, und ja, also, ich weiß, die Fußbohlenheizung, ähm, wir haben vier Kisten, wunderbar, setzen wir die so, dann ist die hier ganz tief unten drinnen, dann kann man sich hier noch draufstellen, ja, das ist gut, dann kommt hier noch eine, hat jeder seine eigene Kiste, da kommt natürlich auch noch ein Namensschild drauf dann, Fackel kommt weg, äh, Holzklotz hin, ne, quatsch, kommt da direkt die Kiste runter, und dann können wir hier Schilder hin machen, Kiste Molenja, Kiste Ufoman, Kiste, äh, ja, das machen wir dann, dann kann jeder sich eine aussuchen, da können wir auch ein bisschen Eis reinpacken, damit das, ja, das ist cool, damit der Fisch kalt bleibt, dann, die Kiste, dann,